so wir spielen mal seit langem wieder two point hospital aus lange weile haben wir sonst nichts zu tun ja gut zu tun haben wir schon aber mal was anders machen ja ich möchte ich bin hier flemmingwalsch nicht da waren wir ja quasi falsch da können wir später mal weitermachen rechten maustaste war es jetzt wo war man ich weiß dass man krank muss irgendwie freigestellt nein so es ist man mal denn jetzt nächstes mal Der Fabrik-Border ist Kraftwerk. Ja, am besten wir machen hier. Die Karten schmelzen wir mal. Das ist ja auch der Spaß. Schön. Scheiße ist das Ding warm. Bis zum nächsten Mal. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. So, äh, okay. Achso. So das. Ähm. Lass mal schauen, wie das Scheiß Ding hier aussieht. Äh. Maschine, äh. Ahja. Ich weiß, was ich mache. Hier vorne kommt quasi so. Und da geht erstmal Standardbehandlung dran. Auch zuvor. Ähm. Da hatten wir doch mal eine Größe auf Namen schon. Genau. Eins. Zwei. Das muss auch reichen. So. Tz-maa. Dsch-maa. Abwischen. Äh, das passt jetzt mal. Als Praxis. Ein paar Mal. Hier neu. Äh. Abfalleimer. Feuerlöscher. So. Jetzt. Let's go. Äh. Personal. Personal. Assistent. So. Hele. Okay. Moment. Moment. Hier hört Harrison Wolf. Ich weiß nicht, was mein Zeitreisen des Zukunfts ich gerade anstellt. Aber mein Arm hat sich gerade nach und nach in Luft aufgelöst. Ist das zur Hölle? Also. Nö. Jetzt habe ich gerade hier gar keine Ahnung mehr. Wir bitten unsere Patienten uns all ihre Geheimnisse anzuvertrauen. Im Namen der Medizin versteht sich. Also einstellen war es. Ich bin gut. Äh. Energie. Und. Was. So. Der arbeitet hier. Was. Der Helstmeister. Den. Den. Ein Assistent zur Aufnahme bitte. Äh. Mö. 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 1. Positiver wird. Einstellen. Ja. Du räumst hier öff. Äh. Ne. Einstellen. Ich brauch mal einen Arzt. Pff. Achtung. Rutschgefahr durch Erbrochenes. Wie machen wir das jetzt? Ach, ist denn die Juden jetzt alle kalt oder wie? Sojekte. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. So, was brauchen wir noch? Äh, Zimmer? Oh! Oh! Tch, 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 tch! Ah, ich meine. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Oh! Ich schreibe. Ich habe keine Chance. Jetzt. Irgendwas war es da. Verschuldigung. Äh, einstellen. Nein. Ist es fertig? Äh, ja. Ich habe doch gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Ich... Ich brauche nix. Ich weiß nicht, ich brauche einen Krampfpfleger. Ähm... Ähm... Ich denke, hier habe ich alles... Das allgemeine... Zimmer... Ähm... Ähm... Objekte. Wenn Sie nach einem Produkt suchen, um Ihre Haare zu waschen, möchten wir von NUR1 Sie bitten, unser Shampoo in Erwägung zu ziehen. Nur ein Shampoo. Es reinigt Ihre Haare, aber es verändert nicht Ihr Leben. Das ist Radio Two Point. Ähm... Zu... Zimmer. Allgemein. Böse brauchen wir noch. Das allgemeine. Den allgemeinen Müll rein. Einmal Feuerlöscher. Das ist fertig. Und da brauchen wir glaube ich ein Assi. Krankenpfleger zu... Zimmer. Oh. Das scheisse ist braun auch noch. Genau. Ja. 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 Platzieren wir dort. Ähm... Ticketkabine... ... 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 Jemand Wichtiges trifft ein. So. So. Also. So. Wir müssen noch ganz insane. Was ist? Objekte? Tränke? Aber ideal, um aus Leichenteilen zusammengeflickte Monster zum Leben zu erwecken. So. 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 Praxis, wenn ich das richtig sehe. Das muss erstmal reichen. Das Ding steht falsch. Das Ding steht falsch. Zurück. Inoffizielle Beschwerden werden nicht als offizielle Beschwerden angesehen. So, einstellen. Noch ein Arzt. Damit läuft es. Erstmal Zimmer. So, ne, spitzen da. Das brauchen wir grad nicht. Kaffee. Wer das große Pech hat, krank zu werden, sollte sich meiner Meinung nach nicht an Jumbo Medical Solutions wenden. Ihre Allheilanlagen klingen zwar richtig gut, aber wozu sollte man gesund werden wollen, wenn man dafür seine Seele verkaufen muss? Stimmt's. Ist, äh, der Blöven, die Scheiße, ähm, Zimmer, ne. Die Patienten, die negative Bewertungen hinterlassen, werden identifiziert und persönlich verfolgt. Kaffee, wo haben wir es denn? Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Äh, Zyklen, die Scheiße, oder wie? Ich weiß ja. Kartenpflege zur allgemeinen Diagnose. Kartenpflege zur allgemeinen Diagnose. Verhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Atappe nötig. Assistent. Einstellend. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Easy Scans verlangt. Ein Hausmeister wird zur Psychiatrie. Einmal. 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 Okay, ich brauche noch Hausmeister. So, jetzt erstmal da hin. Jetzt sind wir hier, brauchen wir das, fangen wir an Stationen in diesen ganzen Blödsinn zu bauen. Wir füllen sich mit der Zeit. Bisschen scheiße geblöht. Äh, hier abbrechen. So. Ich merke, ich habe scheiße geplant. So. Ja, da. Beachten Sie mich gar nicht. Ich spreche nur gerne in ein Mikrofon. Äh, ne, das muss ich manchmal umsetzen. Die Tür. Äh, verschieben. So. Wartung im Pausenzimmer erforderlich. Wartung im Pausenzimmer. Schmeckt das neue Opel. Kleider. Wir machen hier. So. 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 Dank. Scheiße. ok ich habe ein neues hobby bienenzucht bisher habe ich nur drei bienen die sind nicht so leicht zu fangen wie man denken würde aber ich blicke schon mit freude all dem süßen süßen honig entgegen für euch gibt es hier erst einmal süße süße musik ist ein arzt wird in der psychiatrii benötigt das muss auch mal so wird schön schief gehen Äh, Assistent, Brunsklöber, nicht eingetürt, äh, Krankenpfleger. Einstellung, Assistent, Brunsklöber, in der allgemeinen Diagnose wird ein Krankenpfleger benötigt. Einstellung, Krankenpfleger, ja doch. Instandhaltungsdurchsage, Mülleimer füllen sich mit der Zeit. So, jetzt bauen wir mal ein cooles Tempel. So, wenn wir mal hier... ...vorwärts können. Das Geld wird man hier. Das Jahr ist fast vorüber. So, jetzt muss man das Geld machen. Ach, jetzt kommen die scheisse jährlichen Esszeichen wieder. Ich denke, ich mach da nach der Auszeichnung erstmal Schluss, weil wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Okay. Ah, ich brauche alle öffnen. So. So. Jetzt tun wir erstmal... ...eufene habe ich hier um. Bis zum nächsten Mal.